Meine lieben Leute, seid mal ganz recht herzlich gegrüßt. Heute ist ein Tag, so wunderschön wie da auf dem Video ist er leider nicht, aber ist okay. Es ist Donnerstag und morgen, nach Donnerstag kommt meistens Freitag und Freitag würde ich ganz gerne streamen und ich weiß aber nicht was ich streamen soll. Soll ich auf YouTube ein Laber-Stream machen oder soll ich auf Twitch ein Gameplay machen, vielleicht Sims 4 oder was auch immer. Müssen wir dann gucken. Ich würde euch bitten, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr, wenn ihr morgen Zeit habt. Ich denke mal so zwischen 15 und 19 Uhr, irgendwann in der Richtung, das werde ich aber noch genau verkünden, was es dann werden wird, welche Uhrzeit. Was ihr gerne sehen möchtet. Möchtet ihr gerne einen YouTube Laber-Stream, wo wir halt dann wieder mal lecker zusammen quatschen oder möchtet ihr lieber auf Twitch einen Gameplay-Stream machen. Ihr habt die Wahl, bitte einmal unten in das Kommentarfeld kurz reinschreiben und konkret irgendwie sagen, was für eine Phase ist. Liebe Leute, vielen Dank und in diesem Sinne ab in die Runde, haltet euch weiter. Ciao, ciao, sagt euer Spielkette für 45. Ciao, ciao.